ja zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play so kummer den konfer der tibirium konflikt riemann satelischen auf seiten der not nachhol mission und wir haben hier gerade ziemliche probleme muss ich sagen weil wir hier ja wie soll ich das sagen wir haben keine kohle mehr hier kein tibirium mehr was wir hier irgendwie abernten können und die gegner die sind ja echt wachsam muss ich sagen schaue ich das an die sind hier direkt direkt von feier schaue ich das an direkt on fire wartet mal kriege ich irgendwas wenn ich das dorf hier platt mache ich brauche auf jeden fall mehr geld hier die sammler da unten die sind nutzlos ihr seht das ne ich habe wieder kein geld und ja wie gesagt heute eine alternative der letzten mission wir haben ja die letzte schon mal gespielt aber das ist jetzt hier so ein anderer weg quasi und ja da will ich doch einfach mal gucken was wir hier noch so erleben dieser folge vielleicht schaffen wir in dieser folge die mission wer weiß auch schießt den kaputt und sammler du fährst bitte hier drauf sehr schön sein scheiß bonadei so stelle ich einfach hier ab so dann kann er mich da auch nicht mehr nerven mit er hat schon nicht einiges da brauche ich einiges an gummi panzern so ich muss mich jetzt hier eigentlich erst mal durch kämpfen ja irgendwie habe ich jetzt einen sammler konstruktion wartet mal ich brauche mal da oben noch einen zweiten hin da oben muss ich noch einen zweiten sammler haben geht gar nicht anders da kann ich nicht irgendwas wird auch das kann ich dann stellt euch mal bitte auf so kann jetzt eine weile dauern leute ich glaube es nicht ich habe auch gegen turm noch nicht nur verdammt er will auf den sammler okay aha sehr gut okay dann helft mal sehr schön alles klar der gut wenn ich jetzt kommt da jetzt kommt da aber wenn ich kein geld mehr hat er auch kein geld mehr so hat man bitte nach da oben ich glaube der will auf den turm ja der will ich voll auf den turm so alles klar dann bau bitte weiter die raffinerie und draußen ist wieder halligalli ist wieder halligalli okay dann feiert dann feiert mal eure neue freiheit so dann dann macht den platz hey 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 nix da ach da ist der scheiß orca wieder nein hallo könnt ihr mal ihr seid doch schneller als die grenadiere da krass okay dann habe ich halt einen sammler der kaputt ist die frage ist ja klar wartet mal der orca der nervt der orca der nervt wirklich so verkauft die bitte samt sammler gut egal gut dann älter hat versatzte helle zum glück ist der blöd und der fährt immer in die türme rein so aber der gegner der muss doch wartet mal muss man logisch denken wenn ich kein geld mehr habe muss der gegner doch auch kein geld mehr haben oder ist das nicht die logik also kein geld mehr zum sammeln meine ich ja gut ich meine warte mal dann habe ich jetzt noch meinen kaputten sammler da oben rumfahren ja das ist besser als keinen sammler ein kaputter sammler ist besser als gar kein sammler und ja ich meine mit einer masse an gummipanzern sollten wir eigentlich da durchkommen das nervige sind halt die die orcas das sind halt wirklich die nervigen so soll ich eigentlich mit denen machen die stehen da nur rum und machen gar nichts nutzlose einheit mal gut solch eine werkstatt da oben hin warum für den einen sammler da versucht das wieder so und direkt kaputt machen was so was so okay interessant die können da einfach aus dem hochschrauber raus direkt eine granate schmeißen das ist interessant leute das ist echt interessant so jetzt habe ich hier oben drei sammler sehr schön da kann ich ja weiter produzieren aha da ist sein sammler da ist sein sammler wo sammelt denn der hat er vielleicht hier kommt er wieder mit dem mammut an ich werde verrückt da kommt er wieder mit so einfach weiter gummi panzer so naja klar gehe ich schön auf meine neue produzierten panzer das ist eigentlich echt eine flache da oben hin bauen dann ja wartet mal ich baue dem da oben eine flache wegen dem orca denn er nervt er nervt mich ohne scheiße so und beim weg machen sehr schön dann hier so gut dann einfach gummi panzer der sammelt hier okay der sammelt da alles klar so haben hier alles klar da kommt er wieder mit wir kommen nur kommen nur rein sehr gut flack macht sie kaputt sehr schön wunderbar leute da haben wir hier oben noch ein bisschen kode zum aber ernten dann kommen wir ja weiter hier und schaffen was tatsächlich in dieser folge mit dieser mission kommt er schon wieder da kommt doch schon wieder ich könnte doch im strahl brechen so dann lasst das ist aber unfair alles klar wie sieht dann hier unten aus überhaupt dann kann ich das ding ja verkaufen bringt ja nix das bringt ja nix und die beiden sammler schade drum ich hätte echt gedacht dass sie unten mehr geld ist und der turm ist weg der turm ist weg ja toll hast du toll gemacht er echt so ja dann zieht die halt keine ahnung zieht die darunter oder was macht er denn jetzt das macht er denn jetzt hier da bitte so weißt du was ist da was helfen so los paketenwerfer platt machen panzer platt machen los macht das mal alles platt da macht das zeug mal platt dann ist das nämlich nicht mehr in der basis habe ich gleich einen freieren weg so dann da hinten den genau das sind schon einige die ich hier habe aber die reichen halt nicht die reichen vielleicht für die erste basis aber nicht für alles auf keinen fall die reichen wahrscheinlich hier für die basis okay dann speicher das ding mal so und 13 an jetzt mission 15 oder oder wie viele missionen gab es bei denen ich glaube 15 ich weiß ich habe irgendwie schiss vor denen ich weiß auch nicht warum sammelt euch erstmal da machst du denn du idiot echt so dann loskommt dann gehen wir jetzt ruf hier und rein da und hier rein da was halten die so viel aus ja und die anderen die fangen schön hier durch na klar leute so und dann macht die heliports platt hier und den bau vor allem den bauhof ja ja sehr schön und den orca so und bitte hier überfahren einfach überfahren 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 so heute von diesen raketenturm da platt machen der ist wieder aufgebaut hat sich doppelt aufgebaut okay okay so dann hier den hin und her macht erst mal die meldinger weg die nerven mehr dann diesen scheiß da weg machen los diesen scheiß da weg so also wie viel halten die aus so und du fährst bitte dann hier so macht das gebäude im arsch so und sehr gut alles klar dann so wunderbar ich habe den schön geschwächt hier sehr gut leute war klar dass ein gummi panzer angriff nicht ausreicht dafür ist das arsenal halt so scheiße hat er mir ein sammler platt gemacht der pinner hat er mir echt jetzt den kaputten sammler platt gemacht was wie jetzt wie jetzt der kann einfach bauch für bauen oder was nervt doch nicht nervt doch nicht rum so meine güte er kann einfach bauhöfe bauen ja klar natürlich und den turm noch platt gemacht was einfach nach hause einfach nach hause reicht jetzt aber mal langsam reicht jetzt aber mal langsam hier mit nerven ich bin langsam ein bisschen überfragt wenn er sich hier bauhöfe aufbaut wartet man so wartet man ich brauche mehr einheiten das muss ich jetzt mal tatsächlich mal laden ich brauche mehr einheiten wenn er sich tatsächlich da bauhöfe aufbaut samt dann muss ich noch mehr sammeln dann muss ich definitiv noch mehr sammeln ich habe eine andere idee ich habe eine andere idee ich nehme mir jetzt einen sammler weg dieses scheiß ding da so nicht blockieren was macht ihr denn da gut drüber gefahren sehr schön dann lass den mal kommen ja bleibt ruhig da stehen ist okay so manniken drüber fahren so los rüber fahren hier sehr gut dann kann ich die nämlich schützen vielleicht sogar ausbluten lassen wer weiß alles klar war die doch platz was ist denn daran so schwer die sind so blöd um manniken platz zu fahren die lassen sie aber platt machen hier das ist aber eine scheiß karte irgendwie so einfach platt fahren okay was machst du da schon wieder rein da und vor allem drüber fahren über diese scheiß männlichen drüber fahren so alles klar habe ich mir zumindest einen sondern geklaut da kommt neuer ist da was die lasse ich jetzt mal da stehen die lasse ich jetzt mal da stehen so ja gut dann bin ich mal gespannt ob er jetzt noch kohle hat hier der sack so das sieht nämlich nicht so aus sieht nämlich nicht so aus das ist richtig gut gut leute dann hoffe ich mal das war jetzt hier folgt mal schneller die kohle kriegen und vor allem meine panzer armee weiter ausbauen wartet mal ich nehme die noch mit macht mir jetzt nämlich eine neue armee die mannigen wenn die war da sondern der kann noch mit der kann auch ich brauche hier nämlich nicht die ganzen die ganzen die kann ich mitnehmen tatsächlich für den angriff und weiter produzieren einfach weiter produzieren hier so alles klar bleiben die jetzt mal hier stehen und ihr kommt bitte mit für den haupt angriff auch nicht euer ernst nicht euer ernst oder mit einem schützen dann da mit einem schützen an wie der eine schütze nerven kann jetzt weicht er auch noch die ganze zeit aus was macht dann jetzt hier schön drum rum gefahren oder was schön drum rum gefahren ja toll tolle toller sammler so dann drauf da drauf da los mach den im arsch den scheiß so sehr schön schön ausbluten lassen den sack hier so alles klar dann jetzt kommt hier der mannigen angriff so angriff der mannigen hier dann und kaputt machen los kaputt machen so überfahren hier überfahren wie schwer wie schwer kann das ein wenig zu überfahren da seht ihr es gerade ach Leute ihr seid mir zu blöd um irgendwas hier zu machen ey so ich nehme mich schön seine sammler weg ne 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 du kommst nicht nach hause vergiss es ah schade schade okay ähm was ist da kaputt gegangen ach der mammut ne der mammut ja okay fahrt doch einfach daher wie blöd muss man eigentlich sein zu dumm um mannigen zu gefahren so zu dumm um mannigen zu gefahren ja schieß ruhig deinen eigenen ab ist okay und bam hier so leute jetzt blockieren die sich hier schon wieder einfach schön drüber fahren du kannst doch hier deswegen kommt hier auch keine kohle weil die hier oben nur mist machen wieder die wollen mich wieder trollen hier ey so da kommt er wieder mit seinem sammler ähm so das muss doch jetzt bald mal reichen er kann auch keine endlose kohle haben hier so weg machen weg machen los so okay hat er bald mal kein geld mehr ah der hat da noch was ne das ist aber auch ein scheiß natürlich hat der gegner hier schön viel geld ne schön unendlich kohle anscheinend ich bin gerade irgendwie gereizt was den gegner hier angeht muss ich ehrlich sagen den bau verkaufen ja den brauche ich eigentlich noch also hier oben ist die kohle gleich weg da oben ist die kohle gleich weg da muss ich vielleicht doch die basis hier zuerst angreifen weil da unten der hat keine einheiten mehr ich habe ihm alles platt gemacht hier der sammelt da die kacke weg hat der eigentlich jetzt kein geld mehr warte mal ich speichere das mal mission 13 not aber das crash report so da bin ich wieder heute seht ihr das ihr seht richtig da war gerade ein ja soll ich sagen ein spiel crash das erste mal das spiel ist zuerst mal abgestürzt tatsächlich und naja da genau in so einem moment und dann hat es mir auch noch den alten speicherstand zerschossen oh man das ist so ärgerlich immer leute das ist immer so ärgerlich und der sammler der fetter unten rum ja klar ja genau der außenposten hier steht natürlich jetzt auch noch aber seht ihr das ich hab noch was ich gebaut habe ich kann ihm jetzt hier unten das mache ich auch gleich aber ich muss mich hier noch weiter vorbereiten so dass die sammler hier oben sieht ja da gibt es keine kohle mehr da gibt es nichts mehr zu holen das heißt ich werde gleich die raffinerie auch hier oben verkaufen ja du bist fertig kommen bringt die kohle rein wenn ich bin ich habe doch da oben was machst du denn überhaupt da unten nach die kai die nervt und ja liebe leute zum ersten mal ein spiel absturz wir sind jetzt natürlich schon bei einer halben stunde und ich habe eigentlich noch nichts erreicht jetzt wieder der mit seinen scheiß meine güte ja lasst euch ruhig abballern leute lasst euch ruhig abballern ist okay ja gut da kann ich das ja auch verticken hier genau oder ruhig sogar schon so ok raffinerie werde ich dann hier oben aufbauen wenn es dann wieder so weit ist aber erstmal erstmal brauche ich einfach nur einheiten ja ich brauche einfach nur einheiten hier oben hatte ich eben zwei sommer schäden einen hat mir davon weggeballert aber ihr seht das spiel das stürzt teilweise ab auch und damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet dass das abstürzt das war jetzt auch das erste mal in 140 folgen dass das abstimmen ja gut aber dann liebe leute speichern und dann geht es direkt weiter mit der action ich mache jetzt in dieser folge tatsächlich diese mission fertig egal wie lange es dauert weil es ist einfach nervig wegen so einem scheiß absturz jetzt wieder hier zurückgeworfen zu werden ihr seid die ganzen einheiten sind wieder da na ja die ganzen einheiten sind wieder auf das spiel ruckelt und zwar ordentlich das spiel ruckelt ordentlich leute so hier unten hier unten ist was schweres leute da habe ich mal drauf so so hier unten drauf einfach so hier oben drauf ist was durch nur abballern lasst euch nur abballern hier dumm einheit nicht so lasst euch nur abballern und dann hier die kacke weg machen aber ich habe mir erkundet und schaut mal was er hier hat da hat er seine geldvorräte aber liebe leute ich werde jetzt zum ersten mal diese dicklich verstärkung was gibt es ja nicht der hat vorne der hat einfach spanner dann werde ich jetzt zumindest zum ersten mal hier diese basis weghauen man so atombombe rein so meine fresse so der mammut weg machen los ja ist jetzt egal kommt ich vor einfach weiter einheiten aber das hier oben da oben kommt doch wieder angeschissen okay das ist natürlich eine kacke dass der jetzt wieder genau ausgerechnet dann ankommt wenn ich angreife verkauft das lasst die einfach da stehen so weiter gummipanzer bauen jetzt hier los und diese basis hier muss jetzt unbedingt weg so die muss unbedingt weg vor allem das ding das muss auch weg ja sehr gut gut aber da habe ich zumindest schon mal die eine basis hier unten schon mal weg das ist schon mal gut leute das ist schon mal echt gut so und wir fahren jetzt diese kackmänniken so so waffenfabrik weg das ist eine gepackte einheit schau euch das an so und ihr könnt jetzt hier helfen los ich mach die grenadiere im arsch sehr gut da unten hat er noch ein schiff oh man leute so fahr doch da drauf man so sehr gut ha dann ist die basis hier unten aber tatsächlich weg ne warte diese raketentyp so aber dann geht es direkt weiter mit der action tatsächlich hier was ist das denn hier wenn das jetzt das verhindert dass ich hier dass ich die mission abschließe also dann ist blöd gut wir haben die erste basis erledigt so das ist schon mal so gut zu wissen ich mach die platt ja lasst euch abballern ist ok leute lasst euch mich abballern oh man ey ihr seid mir auch welche so fahrt doch nicht da unten rum aber wartet mal wenn ich jetzt den weg hier frage ach was wollte ich sagen aber was aber was zur wie wie kann der sich hier wieder aufbauen ich mein der hat hier kein einziges gebäude sag mal das ist langsam echt unfair muss ich sagen also irgendwas stimmt dann nicht ja irgendwas stimmt hier nicht Leute irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht mit dieser mission ja ja hat der hier ist echt platt gemacht krass der baut sich wieder auf wird gebaut ähm Leute wie kann der eine basis einfach so wieder aufbauen ja sorry aber das check ich grad nicht das check ich grad nicht sorry ähm das ist doch mal wieder typisch äh guck mal den Konker ey man wieder mega unfair wieder einfach nur unfair ja ja gut ich musste ihm halt da unten die sammler weg den sammler wegnehmen ne das ist ich musste ihm die sammler wegnehmen ach leute ey wir sind jetzt schon bei 30 minuten und keinen fortschritt hier weil er sich jetzt hier wieder aufbaut mit der ganzen scheiße mein gott überfahrt die einfach so ähm der hat volle Silos noch ey das ist ja wohl nicht wahr ey so ähm fährt immer noch volle Silos und baut natürlich sich hier wieder voll auf ne was zur okay ja dann hier los platt machen die scheiße was ist denn das man ja klar jetzt hab ich zwei Panzer da oben stehen die gar nicht äh die ich gar nicht äh verdienen kann ja toll alter boah nervt der der nervt aber wirklich ey so ah wartet mal ich hab ne andere Idee bevor ich da unten angreife gehe ich links angreifen und mach ihm da sein Bauhof platt ja das ist natürlich auch ne Idee und hier unten sein Bauhof dann sollte er wirklich nichts mehr bauen können theoretisch so dann sollte er theoretisch nichts mehr bauen können und sammelt euch doch hier oben was macht ihr denn ihr seid doch so bescheuert ihr Einheit nicht so sammelt euch einfach da und dann alle hier nacheinander durch so gut dann hier ich muss das zweiteil ja ich merke das schon Leute ich muss das zweiteilen so aber kommt alle nacheinander mal hier hin ja klar das heißt Leute das ist so dumm das ist so dumm mit diesen Einheiten nicht ja ich komme hier echt ins schwitzen ich komme hier echt ins schwitzen leute ich komme hier echt ins schwitzen leute das macht diesen drecksmammut weg der der die scheiß orcas nerven auch hier kann man echt nur aggressiv bei werden vor allem wenn die KI dann ja klar euch interessiert das überhaupt nicht so rein hier los und rein hier verdammt nochmal alter schwede alter schwede ey Leute so mach diese drecksraketendinger weg so mein Gott so weiter weiter rein los einfach rein ist mir scheißegal eigentlich oh oh ne ist mir nicht egal ähm scheiße ich muss doch seinen Bauhof platt machen Mensch ja das war wieder da kommt der wieder wo ist der zweite da ok da kann der genau in meinem Angriff bis zum dummen scheiß Mammut ey oh Leute ich muss mich ja echt zusammenreißen dass ich hier nicht aggressiv bei werde echt kann der genau dann mit seinem scheiß Mammut ey also das habe ich nicht mehr in Erinnerung dass die letzte Kampagne Mission so behindert ist Viertel nach Elf und kein Fortschritt ey wird eigentlich noch deine Quest 2 aufnehmen boah wie behindert ist diese Mission Leute man dieser dreckste Mammutpanzer ey ich könnte so kotzen ich könnte so die Krise kriegen im Moment das ist einfach vor allem weil die Einheiten nicht auch Zeit lassen den ganzen Tag ja lasst euch ruhig Zeit ey man ihr seid doch so behämmert echt ach Gott ey die Einheiten könnt ihr euch mal vernünftig hier aufreien könnt ihr doch könnt ihr mal einen vernünftigen Job erledigen geht das tut mir leid wenn ich jetzt grad ein bisschen rage aber das ist doch echt Schiss hier so ähm rein hier los rein hier einfach reinfahren so den Bauhof platt machen los und ihr fahrt bitte auf die Manneken fahrt ihr auf die Manneken ein einfach diesen Bauhof kaputt machen was ist denn daran so schwer Leute einfach diesen Bauhof im Arsch machen so und dann jetzt die Atombombe hier rein ach ey so man so er hat keinen Bauhof mehr er hat keinen Bauhof mehr aber ja klar ja klar was war das jetzt schon wieder was hat mir schon wieder den Turm hier platt gemacht was hat mir jetzt diesen Turm schon wieder platt gemacht so so er hat keinen Bauhof mehr also jetzt wenn er jetzt wieder nachbaut ne dann mache ich Schluss für heute da habe ich echt keinen Lust mehr jetzt ich kaufe das Ding so ja natürlich mach doch kein 1 gegen 1 hier so jetzt hat er doch theoretisch nur noch Manneken nur noch Manneken Gebäude er hat keine Panzer ah doch er hat auch eine Panzerfabrik aber was ich weiß nur laufen Gummipanzer meine Fresse ey ordentlich ordentliche Mission ja muss ich sagen boah ey mies richtig mies aber wir haben es geschafft wir haben es tatsächlich geschafft und ja was hat denn der jetzt hier noch so rumstehen der hat ja diesen Mammut noch Verstärkungen sind eingetroffen haha der baut nicht mehr nach der Penner wo hatten wir eigentlich seine dahinten so aber ich habe ihm jetzt zumindest seine Basen weggenommen jawohl das ist ein Bauhof unter anderem bestätigt dann schicke ich dich mal dahin dann verrichtest du mal dies an unserem Land ja danke oh man Leute das war ein Akt aber wir haben es und mit einem Sammler dauert das natürlich Ewigkeiten jetzt bis ich jetzt die nächste Armee fertig habe um die Gegner zu überrollen ein Sammler ist echt mickrig der hat natürlich die beiden Sammler dann auch da oben sonst weiß ich hier unten mit einem Hubschrauber an hier oben muss ich auch noch mal drauf aufpassen eigentlich da kommt er jetzt an da kommt angeschissen kommt er echt angeschissen ne kommt dann nicht okay das heißt ich kann mit dem Sammler die Einheiten hier platt fahren so wunderbar und ja da hat mir der Spielabsturz tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht Leute tatsächlich so macht diesen scheiß Mammut platt los Mammut platt machen wort er überhaupt noch die Kohle ja er hat noch zwei Sammler und die können hier unten in Ruhe sammeln das ist soll ich noch einen zweiten bauen damit das ein bisschen schneller geht ne eigentlich nicht eigentlich nicht Leute ich hab's halt nur eilig weil ich mittlerweile schon zehn Minuten drüber bin aber da wird's halt wieder eine XSL Folge ne ist halt die letzte Mission was soll ich da machen so ähm ich hab hier unten nur einen Sammler wartet mal das kostet 1400 das kostet 2000 bau noch einen Sammler bitte damit geht das alles ein bisschen schneller so dann mach ich ihm jetzt diesen Vorposten hier platt los dann mach jetzt diesen Vorposten im Arsch so der nervt nämlich so und tschüss du ne Raketentürme ey die nerven auch ey so aber er baut nichts mehr das heißt das war doch die richtige Taktik mit der Atombombe jetzt mach doch den Radar im Arsch warum dauert das denn so lange so ähm dann hier jetzt überfahren so mein Gott ey der mit seinen Drecksmaniken hallo so und hier drüber fahren ey so der muss doch kein Geld mehr haben bald mal das kann doch nicht wahr sein so so dann alles klar sehr schön ähm jawohl so 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 so